Als Arbeitgeber kennen Sie die Schwierigkeit der Balance zwischen Auftragsvolumen und Mitarbeiterbestand. Zeiten mangelnder Aufträge und Überkapazität wechseln sich mit langen Arbeitstagen und Mitarbeitermangel ab. Auch Herr Müller hat schlaflose Nächte. Seinem Handwerkerteam fehlt die Arbeit. Ganz anders bei der Meier GmbH. Seit Wochen werden Überstunden geleistet. Die Mitarbeiter sind am Anschlag. Neue Aufträge müssen abgelehnt werden. Dies muss nicht sein. Denn dafür gibt es das G2G-Netzwerk. Herr Meier lockt sich auf der Internetplattform ein und bittet kurzfristig um weitere Arbeitskräfte. Herr Müller meldet sich umgehend bei ihm. Bereits am nächsten Tag unterstützt das Team Müller das Team Meier. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend und macht sogar Spaß. Mit G2G steigern Sie per sofort Ihren Umsatz. Leihen Sie während auftragsschwacher Zeiten Mitarbeiter aus. Verstärken Sie sich bei Überbelastung mit externen Arbeitskräften. Vergeben Sie Aufträge an Subunternehmen weiter. Jetzt drei Monate lang gratis testen. G2G.ch